Willkommen zur Glitzer-Gishy-Wobbenshow! Todai, I show you a trick with my cards. Now, it's a... a Pic-König. Achtung! Kreuz 10! It's magic! Du brauchst ein Hindernis, Hans! Kennt ihr das Problem, wenn ihr nach einem Schnaps betrunken seid? Ich hab ne Lösung. Ihr trinkt einfach nur einen zweiten Schnaps. Erst lachen, wenn das Schwein kürzt. Wie nennt man es, wenn eine Polizist in ihren Tage hat? Red Bull! Ich finde deine Ringe echt hübsch. Das ist voll süß von dir. Deine Augenringe. Schnell antworten, ohne drüber nachzudenken. Was trinkt ein Vampir? Was fließt mit deinen Adern? Und was nimmt dir der Arzt mit der Spritze ab? Und bei welcher Farbe gehst du über die Ampel? Nicht bei grün? Kann ich so nichts sagen? Müsst nicht lang zähn? Dann dürste ich den Augen schreien! Ich habe Männer schnupfen, mit mir ist bald vorbei. Ich habe Männer schnupfen, ruft den Notarzt schnell herbei. Ich habe Männer schnupfen, meine Wehen sind nicht cool. Ich habe Männer schnupfen, Kinder kriegen 2.0. Und? Immer freitags, ab 16 Uhr, eine neue Folge der Glitzer-Gishi-Wochen-Show.